Hallöchen, zurück bei meinem Video. Diesmal haben wir die Rückfahrt von Wildau nach Hosven oder wie das heißt. Hosven, Hosven, ja genau. Ich habe hiermit, kann ich offiziell bekannt geben, ich habe endlich die Strecken Altenburg Wildau, Köblitzer Bergland. Altenburg Wildau hat die Freeware Version geheißen. Endlich habe ich es. Und nebenbei, ja zu der Strecke, habe ich auch noch den hübschen Triebogen. Den habe ich mir auch geleistet und zwar nur ein 28,4. Nein, 6, 28, 400. Es gibt verschiedene, aber ohne brauche ich wirklich nicht davon. Abfahrt ist gleich um 9.34 Uhr, um ein paar Zeit gewetscht, glaube ich. Und dann fahren wir zurück durch Hosven. Ich habe mir eigentlich die Gegend noch gar nicht so wirklich angeschaut. Aber jetzt die Atmosphäre von der Mäb ist sowieso der Hammer. Da kann man sagen, was man will. So. Den Zug haben wir abgewartet. Und jetzt gehen wir wieder zurückfahren. S420 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 40 60 50 Höchstgeschwindigkeit Die wollen wir natürlich auch erreichen Da haben wir wieder einen Bahnübergang mit 10 kmh Jetzt können wir noch ein bisschen bremsen Für die Bremse muss ich noch ein Gefühl kriegen Das ist das Problem Einmal Hupen Vous veheme keine Schiffen Die Bremse Abflashack Die Bremse Wir werden auf Bremse Betraue Die Bremse Tübing Die Bremse eigentlich müssen wir jetzt glaube ich stehen bleiben und warten bis das eben den schrank zu macht oder so weit ich weiß zumindest das ist so nütz zu der pote die wir für das Hüps, 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 hüps. Hüps, hüps, hüps. Hüps, hüps. Hüps, hüps. Hüps. Hüps, hüps. 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 und dann gehen wir mal einen Wegstauf und dann gehen wir mal einen Wegstauf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.